...vor dem Ziel auf Robert Unger und Armin Gartner und die 302, Patrick Lorenzer und die Schraube... ...5 Sekunden, 2 Sekunden in die Holzer, 1, 11, 0, 2. Damit haben wir Rheinisch-Legel, Dieter Holzer und 3, 9, 1, 2. Herr Grisch, nach dem Ziel haben wir die Zielbereitung sehr wenig... ...Leitner, der gelb-weiße Fordesco, der ist unter außen, nach in St. Patrick Lorenzer, der Feldbach im Peugeot 106 GD und mit Armin Gartner schon den ersten...